Herzlich willkommen bei Kofi Apiaminta Reinigungs-Service. Wir sind sowohl für Privat als auch für Unternehmenskunden im Einsatz. Auf Wunsch führen wir Praxis- und Büroreinigungen außerhalb der Geschäftszeiten durch, sodass sie in ihrer Arbeit nicht gestört werden. Zu unseren Büroreinigungen gehören unter anderem das Saugen und Wischen der Böden, das Entstauben des Mobiliars sowie das Leeren der Mülleimer. Neben der Sauberkeit spielt auch die Hygiene eine wichtige Rolle. Gerade in der Praxisreinigung ist eine effektive Keimbeseitigung von großer Wichtigkeit. Wir freuen uns auf Sie!